So sieht's aus. Ich geh mal kacken. Interessant. Sehr interessant. Ah, ich müsste aber auch mal scheißen gehen. Bis das wieder mal interessanter. Oh geil, viel abgültig. Wir spielen mit Bot-Elf. Hallo, Ellen. Wir haben schon mal einen 4er Pre-Made als Gegner. Ja, 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 ist okay, ist okay. LOL. Das hab ich nicht aufgefasst. Ach Gott. Ach Gott, Joby. So, wieder da. Werden sich abgült, was soll ich wechseln? Die Akaso, die jetzt hier gar nicht abgült sind. Oh, nein! Fick den, der da auch immer dem den Heller gegeben hat. Was muss ich sagen? Mann, Alter, guck mal, die haben so'n Kniff. Wenden ist immer ganz schön impulsiv. Der schreit dann immer schnell mal rum. Wie viel kostet die Asimov? 50 Euro? Verjagen. Die... nur ich? Die geht grad runter, die geht grad runter. Die war mal 60. Ich mach outside. Oder wer will outside? Von welcher Asimov redet die? Es gibt drei Stück. Die ist schlechteste Quality, die kostet 28 oder so. Na, billig, Alter. Wenn du's kaufst, dann kaufst du ne Tees. Dann kaufst du ne Tees, dann kaufst du ne Tees. Hör nicht auf die, ich denke hart nach Maggi. So. Ich wurde geflasht. Könnte ich gewesen sein. Outside ist ne Smoke. Outside Steps. Ja, die sind außen, Alter. Sind drin, sind drin. Ich hab halt euch die Smoke-Übens gegeben. Die sind secret, die sind euch secret. Ah, Mann! Einer hab ich auch nicht. Einer treibt die gerade durch die Bombe. Ah, shit, Alter. Nein, nein. Ach so. Ja, okay. Alles easy. Alles easy. Ja, mein Kill. Ich hab nix geschafft, diese Runde. Oh. Wer ist denn da tot? Wer ist denn da tot? Och, wer ist denn da gestorben? Du bist doch schon ein bisschen behindert, ne? Gar, ich hab auch noch ne Nate gekriegt. Ich hab ne Smoke bekommen, Alter. Sogar die war Sven. Ohhhh. Ohhhh. Soll ich hier gleich nen Headshot verfassen, damit ich wieder kiege? Alter, wie ihr alle übelst rum? Nervt. Finde ich mal ein bisschen chill. Sepp. Was bist du denn? Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nix. Ich hab nix. Pst. Pst. Einer was kriegt. Einer ist Pommes. Der eine ist wieder zurückgegangen aus dem Häuschen. Einer hab ich durch die Tür gekillt. Hinter der da vorne liegt. Einer ist oben, einer ist auf uns. Einer ist oben. Einer ist oben. Einer ist oben. Heser. Verdammt, Warte. Einer ist hier. Meine. Willst n' Orb haben denn? Ich glaub ich n' Orb. Ja. Na komm, naja. Die können da n' Orb kaufen. Da liegt noch ne LP, ne? Die könntest du eigentlich.. Die nehmen das immer nach. Du kannst mal ne abgenudelt werden. Wegen meiner. Jungen, das haben wir 4 Kills gemacht, ich hab' ich locker Ist ein bisschen heiß gelaufen Check Minimals Ja, oh, du warst fertig Outside Smog Smog ist eh heißer gesetzt worden hier Secret 2 Secret 3, 4, weiss ich nicht genau Bombe liegt Bombe liegt Schalte, einer noch im, der hat nix mehr Siehste, so wie sie so spielen eigentlich Einer hat naka So, jetzt wird's interessant, jetzt haben wir die naka Sagt man, will die naka? Will die mal naka? Brauchst du den Kopf? Jaa Brauchst, dann nehme ich die gerne, bloß nicht Ich würd's auch nehmen, ich hab halt nur ne Farmers Ich hab halt kein Geld Ja, ja, ich Scheiße So, jetzt wird's interessant, jetzt haben wir die naka Richtig Oder eben hatten die auch schon warm, sorry Ja, der eine Ja, hinter sich, genau Wenn Mendes Mord ist, muss ich nicht mit mir Da müssen wir so schön winkeln Ich glaub das wird nochmal raus Und du lagst Was macht noch besser? Einer ist Secret 3 Drei sind Secret Vier sind Secret Wo ist der Letzte? Der Letzte ist da richtig, Sobi Ich weiß Ist das der Allerletzte? Ja Der Allerletzte Ja Der Allerletzte Ja Michael Irgendwie sind die Scheiße Jaa Es kommt noch Es kommt noch Es kommt noch, weil es so hard carry Ja, wir sind die Scheiße Irgendwie sind die Scheiße Guck mal, genau der hat ja nicht die sozialen Schlötze Wir sind gleich von denen Ja, der Menschen Deploying Decoy Wirst du hung? Ja, du wirst Ja, du wirst HWP Hupala Bebs Also diesmal wird's glaub ich nicht out sein Ja, du denkst ja Rambo Ich muss sagen Ich muss sagen Ich muss sagen Du da Kannst du wieder A gehen Ja, ja, ja Oben, oben irgendwo rumgucken Geh einfach hin hoch Genau Oh Steps Lobby Ah Fuck Zwei Zwei Einer ist rechts Ganz rechts Oder er ist schon wieder weg Ich guck da schon LOL Ich hab aus Versehen auf Feuer Ich hab aus Versehen auf Feuer auf Feuer geschaltet Oh mein Gott Alter bist du Ja, der ist halt Wenz Und ich dachte mein Team hätte es auf mich drauf gesprungen Aber das war nicht Tobi Okay Weiter, 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 weiter Weiter, 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 weiter Weil mich gedeckt hat, Sven, das Gesteht Ja, ich kann mich nicht mehr Hier, wo bist'n Jan? Da, ich bin hier Bitte Kannst du mir irgendwas droppen, Jan? Ich nehm irgendwie Ja Danke Remember This isn't the Cowell House anymore This is real life Ich smoke zuerst? Ja Mach mal Da war einer Da war einer Na, durch Einer ist irgendwo geklappt Ich bestell das nicht Einer war nach außen Kannst du nachsmocken, Sven? Danke Nice Nice Da ist einer Roter Container War da einer Pommes? Ja, ja Einer ist unten drin, ja, ja Der ist durchgelaufen Richtung Secret Der steht noch drin, der steht noch drin Blaues Haus einer Ja, jetzt steht er nicht mehr drin Da ist Pommes Einer ist, einer ist auf der Alter 31 Er ist, er hat die Aave Garage oder was? Ja, Garage Das war der mit der Aave Ja, der letzte Bob im Dach Also Lobby Dach Also Lobby Dach Das ist A oder B oder? Genau, Lobby Dach Ne, Bombe liegt doch, oder? Ne, der ist Ramp Der ist Ramp Ramp ist der Ramp Halt Bleib so Tobi ist unten Ja, der kanns runtergehen Tobi war zu blenden Blenden Tobi Tobi Nur blenden lassen, damit der Punkt gekriegt Ey, ich weiß das doch Ups Nur ganz in Ruhe Teamkill Teamkill Ah Das ist mein Teamkill Ey, das war mir Zu unsicher Wenn ich ihn da jetzt nicht kriege Dann hätte er mich vielleicht da noch geholt Aber so war das ein safer Kill Der wird gerade hart gecarried hier, oder? Ja Was, ich soll durch Teamkill Oh mein Schnauze Und Tobi einfach hält's an Tobi ist einfach nur so ne Pussy Die immer zu safe auf A steht Ja, ne, und dann, dann, dann Dann war's der immer so ne Schnauze Dann war's der immer so ne Schnauze Dann war's der Oh Gott Ich hab übrigens so ein Sido Das stimmt Hört sich irgendwie outside an Kann ich mal so anmerken Ja, ist auch outside irgendwie Aber Aber irgendwie Toll Einer ist auf Hier Dann greifen wir ihn draußen Dann greifen wir ihn draußen Einer ist noch Roof bei denen irgendwie Oder so Ja, ich glaub jetzt sind alle durch Ja, ich glaub jetzt sind alle durch Ja, ich glaub jetzt sind alle durch Ja, sind alle durch Dieser Eldron Irgendwie nicht so legend Einer ist Controller Ja, sorry Ja, sorry Der ist links Der ist rechts Ah, da ist einer Ron, was machst du da? Darf ich mal fragen, was du da machst? Nur so Ich hab die Orb Ich hab die Orb und Jan geholt Achso, ja Ist auch wichtig, ne? Anstatt deinen Mates Unten zu helfen Oh mein Mates Nee Jan, ich geb dir jetzt Milch Nee Ja, damit haltest du Wer kriegt drungen Headshot? Ach Gott, Kennaß ey Möbel starten Wir haben noch dich, Tobi Du körig bist doch oder nicht? Ja, aber das heißt ja nicht Dass ihr gegen mich spielen müsst Ticoy Okay Tobi, der ist gerade schon wieder normal Wenn ihr 5 zu einpacken Wenn ihr 5 zu einpacken Bist du? Bring down smoke Throwing fire Klamm Den großen Plan haben die auch nicht, oder? Nööö Ja, perfekt Hier Einer ist Pommes Einer ist Pommes Einer ist Pommes Nicht mehr Das war so stumm Einer ist Pommes Oh, nee, jetzt nicht mehr Oh shit Einer ist Secret Durch? Ja Jetzt nicht mehr, wa? Bombe liegt Bombe liegt Hallo? Hallo Tobi Ja, ich guck das ja nicht her Nehmen eine Runde zu verwenden Ohne Verluste, Leute Ohne Verluste Mensch Aber das ist die 15-0 Und dann ist das ja wo easy Dann kann man ja auch auf die Knife-Runde machen, oder? Bei 15-0? Knife-Runde? Nee Nee 16-0 Auffahren Da kriegt Paul bestimmt wieder Erfolg Ja Dazu legge ich nicht zu Hause Nee, da kriegst du doch beim ersten Mal Erfolg 16-0 zu spielen Was, wenn ich jemanden leihe? Achso Wir spielen eh nicht 16-0 Ja, nur mal abfahren Lobby Lobby Wenn du rennst, zieht willst Sie nicht Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Äh Punkt Punkt Ich bin ganz sicher Scheiße Squeaky Ah Ah Kommt jetzt einer Einer planted, oder? Oder? Oh Gott Was Was war das denn? Der guckt einfach in der Lücke Junge Karl, ey Karl, den Hä, ist das jetzt ein Gegner? Ist das eine Leiche? Voll verwirrt? Der ist einfach Der stellt gefällig dir irgendwie gegen die schwache Gegner Der wollte blenden, oder? Nee Der stand hier noch mal erst nach 5 Sekunden, bevor ich das gecheckt habe Wo konntet ihr früher ja da oben drauf blenden, ne? Aber geht nicht mehr, voll traurig Oder entfernt der Blenden, leider Hallo Rache Die gehen B, die gehen B Ja Die sind SPAY, ist una Rampe Wie sollst du die nicht gekrackt? Der schon, Jan Oh Ja, ab ihn Noll Da legt da noch einer Nö Oh ja Oh ja Da ist aufgefallen, dass da noch einer legt Da legt eine Faktik Da hat die Nasen noch Alter, das ging fast in die Hose, ey Oh ja Steht der da vor mir Ich geh auch mal mit Outside Ich hab keine Lust mehr auf den Nein, du gehst da schön hin Funktioniert doch so schön Das läuft doch jetzt richtig gut Aber ich, aber Aber der Sven hat jetzt nur Autosniper Ja Verkauf dir doch auch eine, Heususe Nein, ich hab mir nicht aufgekauft Haha Aufgekauft Du Wicker, ich brauche wirklich irgendeine Aufgekauft Woher kam denn die Flash gerade? Ich bin jetzt fragt Da lachen dann nicht Warte mal Ja Pommes ist einer Ich glaub ihr wisst nicht mehr Was ich als Terrorist der Smoke blöde Na so Pommes ist noch einer Ist einer raus jetzt schon Zwei oder 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 Outside Und... Acht die sind schon wieder alle tot What the fuck Was waren die eigentlich Hier Atmen Sven, atmen Ich hab auch nicht gecheckt ich stand da, ich stand da in Heaven, war gefrefft dann zwei Typen und dann war die die mich erst, als sie schon einen gekillt haben, ich check's auch nicht ich hab's völlig gescheckt, alter ich denk jetzt von links, von rechts, wo kommt's alle her, ey ey Tobi, ich hab dich irgendwie nur runterrennen sehen ja, ich wollt den einen verfolgen, den ich nicht richtig gekriegt hab, aber sollte da nicht ein Smoke sein? nein wenn ich einen Orb hab, nicht einer war Pommes wo sind die schon wieder, ey? vielleicht warten die jetzt einfach und rushen irgendwo Grenade rush bist du eigentlich jetzt so, wie man von Roof aus sowas wie Heaven und so ich sag schon mal mit den Hung da ist wieder einer Pommes gewesen, Trotz ja, keine Ahnung ja, keine Ahnung Squeaky kommt auch nix ich bin halt, äh, hinter denen da ist einer Pommes ja, da kommt immer irgendwas rausgeflogen, aber das gibt's nicht aber wie hoch zieht die denn, ey kein Netz bei der Tor Squeaky, Squeaky aber warum, jetzt verlieren wir die Runde noch ach, laber der geht zurück ne, da geht's der geht's nimm mal ne Neckelf mit ja, die gehen eh auf B ja, die gehen eh auf B ja, die gehen eh auf B hätt die vielleicht nicht lifen sollen ne, egal ja, die sind beide unten ah der ist unter dir, genau da NICE CARL das ist so witzlos, ey was sind denn für Nucs? ich weiß es nicht hä, warum denn, warum sind die denn Nucs? vielleicht bin ich einfach so froh ja, am Arsch also, wie man sowas vor allen Dingen, wie die davor gepusht sind da fliegt dann ne Smoke, da denk ich yo, jetzt kommen sie dann kommt noch ne Flash ja, dann denk ich jetzt kommen sie dann kommt da noch eine jetzt kommen sie aber dann kommt da noch ne Smoke immer noch nix und dann, wenn alles fast weg ist dann kommen sie hab ich gedacht das kann ja wohl nicht wahr sein ich glaub es hört mal wieder aus sehr, sehr komisch outside, ja was ist der? was ist der? was ist der? Flushbein ja, genau hi hi hi, wie ist der? hier waren doch welche das kann ich ich hab mich grade weggekommen Junge, ich krieg nicht abgefragt du? und ich bin jetzt letzter weil ich keinen Typen jemals wieder zu Gesicht bekommen habe alter, ich hab einfach 16.000 jede Runde weil ich mir einfach nichts taufen kann ich hab auch jedes Mal 16.000 ich werde dich nicht und ich hab ne Autos ich kann keine Granate werfen weil ich niemanden sehe ja, das ist schon witzig come on, come on, chop chop come on, chop chop ja, das ist schon witzig du musst halt einfach mit dem Granaten ein bisschen spammen du musst halt einfach mit dem Granaten ein bisschen spammen ja, das macht ja so ja, das macht ja so noch einer, Wend ist down hab ihn hab ihn ey, sind die alle schon wieder down? ja, das liegt noch ein ich dachte es nehm die mit ich dropp dir mal ne AWP, Karl du hast so viel Geld ich dropp dir ne AWP ich dropp dir ne AWP ich behalte meine 16.000, Alter du hast ne AWP, ne? ooooh, ich kann nicht mehr ja, ist halt eh die letzte Runde, Tobi willst du, will die um den Autosniper? ich hab noch selber drauf ich wollte gerade drei Autosniper's brauchen, aber ich mach noch ein paar Stretch-Track-Abschüsse mit meiner Nägge mhhhhhhh Mhhhhhhh Wellington bemalom Carneade up also da ist gegen jemand die Headshot des Jahres war eigentlich kann ich halt auch eine Iss-P-Far gehen Wk inteligل Ich habe mir keinen Kevlar geholt. Hoppala. Jetzt oben? Wo ist der denn jetzt oben? Oben. Der Kevlar. Der guckt doch außen, glaube ich. Die Runde darf man nicht verlieren. What? Warte, den Lümpel hole ich mir. Wo ist er? Ich habe ihn geklaut. Danke. Danke, dadurch bin ich jetzt über die beiden. Keine Knife-Round. Ich will das 16-0 gewinnen. Lass mal 16-0 machen, ich will den Erfolg haben. Was? Ja, es gibt doch einen Erfolg, wenn du 16-0 gewinnst. Weißt du es nicht mehr? Wir haben doch schon 16-0 gewonnen. Ja, wie ich will? Ja, kann aber nicht. Ja, ich nicht. Outside? In Elite Master gewinnen halt nicht 16-0. Wenn der Eider verliert, ist ein DMG, Alter. Der spielt einfach nur ganz richtig scheiße. Einer geht secret! Links könnte auch noch was sein. Ja. Die Tobi rennt einfach vorbei und zeigt dem Rücken, wenn der trifft. Äääääää! Controller Room! Controller Room! Oh Leute! Geht doch auf A! Plant auf A! Plant auf A! Geh heaven! Genau! Run! Sven! Sven! Pommes! 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 Die sind Ramp, einer von denen. Geh Pommes rein! Da ist er, da ist er, da ist er! Hast du den ge... Halt! 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 Shit! Lass dich jetzt nicht holen! Mach weiter weg!!! whatana an! oooh vaccinated! Bitte renn weg, Alter, Gies run! Uhhh... Der noch nicht ist dazu Oh, Junge! Nein! limst ist Renn-Schuld... Ich meine ! Herzε 해int nicht mehr! Ich hab einen weggebratzd… Deine Schuld! Du hast niemanden geholt! Ich hätte nichts gehört, denn wir sind Asiaten! Das ist der Ausdruck, den ich in meinem Leben gehört habe! Wir sind Asiaten! Wir haben uns gar nicht! Ja, nicht Outside, oder? Wenn jemand einen Smoke hat, doch! Smoke! Das ist übel nervig! So, du kleiner Trecker! Nicht nochmal! Was sind die Scheiße? Da ist die Rechse! Ja, da ist eines! Die sind da! Was? Wo war der? Der war Heaven! Ich habe mich nicht gesehen! Ehrlich nicht! Da taucht nur eine Ompel! Nein! Loooooooy! Was denn, Headshot? Wo bist du denn jetzt gerade, Jan? Controller Room! Irgendwo angeschossen! mother! Wir haben nöhe News gezeigt, dass wir irgendwas komisches machen, ob wir die nicht rechnen können. Ich wurde irgendwie angeschossen von uns! Dö 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 döue dö 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 döw! Show me the ranks please. Ja, übelst Jillah. Schwieriges. Alle! Feuer! Looooooooy! Da hatten wir eben auch welche, die vier Sterne hatten, aber die waren nicht so schlecht. Das Game hat nicht mal 20 Minuten gedauert, oder?